Musik Ankunft in Ilios Bereiten Sie sich auf den Kampf vor Wählen Sie Ihren Helden Gemeinsam stauren, Besitzern Ich bin gern in der Nähe des Ozeans Er erinnert mich an meinen Geburtsort Meine teuerstes Los wieder reiner Tanzen Ja ja, tut er ja auch, mit seiner Axt 5, 4, 3, 2, 1, Runde 1, nehmen Sie die Zukunft ein 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Äh? Okay! Wieso? Wieso? Hä? Cool! Er hat gerade mit seinem Schild meinen Dash geblockt. Ja, Reinhardt kriegt einen besseren Heal letztlich. Cool! Ah, ich hab gar keinen Heal von Zenyatta bekommen! Cool! Zenyatta, du kannst auch deine Orb auf mich schmeißen! Meine Fresse! Zenyatta, 400 Heal! Wow! Oh! Das war so cool! Wir müssen da nicht ganz schießen! Okay, verwissen wir den Schild. Toll! Oh! 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 Wir haben Zielpunkt! Haltet mich auf, wenn ihr wollt! Oh! 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 So, meine Fresse! Kiriko! Rechts! Aufgeklettert! Okay! Nora von mir! Rechts kommt Reinhard! Und nun was für ein Chaos einfach nur... Oha... Hehehehe! Oho... 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 Reinhard in mir... Ja... Schade! Irgendwie war mein Team nicht mehr da... Wir müssen reingehen, ne? Ja... Reaper down! Neura down! Neura down! Kiriko! Kiriko down! Da kommt der Reinhardt! Wow! Cool! Weiß denn, die hat ja den... Reinhardt gekillt hat! Reaper! Kiriko! Oh... Die reissende Kraft! Ja, er machte da ne reissende Kraft... ... ... ... ... ... Okay, Reinhard, er hat einfach meine Ulti abbekommen und hat einfach nichts gemacht. Er hat einfach meine Ulti abbekommen und hat nichts gemacht, er ist nicht schlimm gegeben. Er hat den Schaden von Ulti sogar gekriegt. Ich habe ihn also mit voll getroffen. What the fuck? Wie kann die Soldaten 800 Heilungen haben? Hm, ein guter Tag zum Aufladen und Einschlagen. Vielleicht ist es in den Heli-Pod gelaufen, wird das auch gezählt? Ich weiß es nicht. Wir werden über das Schlachtfeld tun, wie ein gewaltiges Gewicht. Ich habe letztes Mal auch irgendeinen Char gesehen, der hatte auch hier Heilungen, wusste ich auch nicht, wie das geht. Ich weiß es nicht, kann ich gar nicht nur sagen. Wollen Sie doch ihre Ulti überleben oder ein Schill? Nee, eigentlich nicht. Lass uns dann was sein für unsere glückliche Lage. Für unsere glückliche Lage. Was, wir dürfen gegen unsere Gliederkämpfung. Wieder ein Reinhard. Wieder ein Reinhard. Wir müssen gegen unsere Gliederkämpfung. Nice Down, down Reaper Just Reaper I see Orisa Reiner hat uns Schad schreien Nooo Oh, oh, ich hab'n Reiner auch runtergeschützt Okay, dann passt das, ja Senyatta, Ulti rein und halten, Punkt So ein Anfänger der Senyatta Er hat 5000 Schaden, what the fuck 5600 Schaden hat er Ich hab' 7000 Ich hab' einfach Mehr Schaden Okay, der Reinhard kann also jetzt mit seiner Ulti Ähm, mit seinem Schild meistens mal Ulti blocken Okay Schade Interessant Reinhard kann mit seinem Schild mal Ulti blocken Ja, dann warten wir nicht auf den Rest Ich habe neue Erkenntnisse erlernt Hüttspämmer Ich werde dich nicht enttäuschen Ich habe den Anfänger Oh, du neuf, du neuf, du neuf Kunt Ich werde den Anfänger So schön. Hier ist wieder eine Huise. Pass auf mich auf, Diddy. Interessant. Oh ja, aber ich wollte ihn wieder runterflicken, weil er jedes Mal über die gleiche Ecke kommt. Okay, cool. Jetzt müssen wir uns aber behalten, ja. Oh, ist alle auf den Punkt. Muss auf den Punkt. Ja, ich weiß. Ich bräuchte ihn wieder. Alter Scheiße. Ich hab immer 10.000 Schaden. Ich hab einfach immer 2.000 Schaden. Kannst du den Reaper? GG. Da kommen sie. Wo ist er da? Als hätte er es gewusst, oder was? Sehr schön. Rakel stand da oben drauf. Naja, weil der schon gewusst hat. Ah, er hat überlebt. Ich werde es nicht mehr. Ja. Wie hat das... Wie ist es dann hochgekommen? Was? Bin ich ich? Ach, da, wo ich weggebrochen bin. Ich hab 2 Leute und 3 gekickt. Oh, er hat auch 2 Leute runtergekickt und hat überlebt. Und... Kippe, schreien. Die paar schreien. Da bin ich schon wieder anleinert. Kein Problem. Ich spinn das Chaos. Ich hab ja echt getroffen. Ach, mit Schrein hab ich ja nicht der andere gedacht, er hat sogar gestorben. Ich hab gerade die jetzt zur Hilfe eilen. Naja, ja, wohl sind schon echt. So, den Tierfighter haben wir schon mal verloren. Jo, war schnell down, Alter. Plötzlich waren sie alle wieder da. Wie schnell das einfach ging, what the fuck. Okay. Sammelt rein hier. Format alle bei. Format jaun. Sammelt rein hier. Hermann, wie ich jetzt nicht hilfreich? Wie ist das, wie ich jetzt the last? Du kannst doch nicht wegwerfen. Oh. 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 Ja, cool. Ja, dann war's also. Ja, ich kann schnell laufen. No! Ist der bei den Abgrund gechargt? Ja. Egal. Ich beschütze euch, Freunde! Aus dieser Mission mache ich meine nächste Singie. Lucio, Retter in der Noten. Geist gesehen. 3 2 1 1 2 Nehmen Sie die Zielgruppe an. Ja. Aaaaah! Lass doch auf sich von meinem... Oben. Ebenso alle. Einer! Verwehren nicht los! Lass sie down. Das am besten. Ja, ich weiß, er hat mich von Hülsen gewonnen. Ich weiss. Ja. Ja, danke für den Yo. Ich kann sogar meinen Das ist ein Dingsum, so reflektieren, okay Du bist ein Bestchen Danke, Affe, du hast mich von der Ulti-Ulti gerettet, ey Und wir kriegen die Reaper nie was mit Ich passe dann hier Danke, Meurer Ich habe nur 2800 Schaden Ich habe 7000 reflektiert, okay Jesus Christ Ja, vielleicht zum Schütz wieder Und wahrscheinlich auch schneller Das ist die Möglichkeit, lasst uns herausnutzen! Oh, das ist die Möglichkeit Ich bin aufregend! Oh Oh, nice. Nein, ein Ulti ist rastet. Oh. Schade. Tschüss, Rotog. Ja, wie viel Schläge hätten müsst ihr aus? Reif nach oben! Den abziehen und haltet mich auf, wenn ihr wollt! Da ist auch... Wow! Komm weg! Sag du doch zurück! Da komm ich doch nicht hinterher! Du bist schneller als ich! Wollt ich noch anmerken! Wenn ich mein Schild oben habe! Aber nicht, wenn ich gehookt bin von nem Roadhog! Du wurdest so gut, weil du nicht zurückgegangen bist! Obwohl ich es gecallt habe! Wo? Unser Roadhog fällt die ganze Zeit nur runter! Cool! Einmal krieg ich meine Schadenfingerten! Braut ihr bei mir? Mal kriegst du! Immer fest mit, noch! Ja, ne ich komme hier! Dduu! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaaaaah! Ich konnte nicht gegen sein Eldean chargen! Ah, ist die Runde wohl verloren. Was dann auf dem Punkt? So. Jetzt einfach nur auffalten. Alles klar, wer hat mich geblockt? Mercy down, sehr schön. Ja, wir haben unsere Siege endlich voll zu sehen, der Kälte wurde. 20 zu 10. Oh, je. Das war's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.